Soldaten! Disziplin in der Reihe! Ist bloß ein Kratzer! Sie sind rauf zum Gipfel! Danke, Ping. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen. Von nun an hast du mein Vertrauen. Mulan? Eine Frau? Das kann nicht sein! Ihr alle wusstet es, nicht wahr? Ihr wusstet, dass Ping eine verkleidete Frau ist! Ich kann nicht glauben, dass ihr mich getäuscht habt. Auf Hochverrat und Entehrung der Armee steht die Todesstrafe. Geht mir aus den Augen! Sofort! Ihr seid alle entlassen! Meine Schuld ist beglichen. Der Kaiser wartet. Wir brechen auf! Und wer soll dir noch glauben? Bewacht den Palast! Haltet den Feind um jeden Preis vom Kaiser fern! Das ist ein Befehl! Mulan. Sora. Donald. Goofy. Danke. Aber... Wir erwarten eure Rückkehr mit Freude. Vorsicht, Soldat! Mulan! Oh! Drei hilfsbereiterer Bauten seien angekommen und würden sich um alles kümmern. Was? Das ist ein Warweg. Bis zumal. Vielen Dank.